Was ist die Faszination von dem Fahrzeug für mich? Die Faszination von dem Fahrzeug für mich ist im Grunde die Schlichtheit, der Purismus, den das Fahrzeug ausstrahlt. Auf der einen Seite ist es ein hochmodernes Fahrzeug, innen drin natürlich ein Haufen Sensorik, ein Haufen Emissionsgeräte, ein Haufen Kabel, Leitungen, unheimlich viel moderne Technologie, aber man sieht nichts davon. Was man sieht, ist die Mechanik, die Mechanik als neuer Luxus, und der ist unheimlich schön inszeniert. Der Motor hat eine Präsenz, unglaublich schön, die ganzen Detaillierungen und so weiter, das spricht mich total an und das finde ich sehr faszinierend. Die Faszination von dem Fahrzeug für mich ist im Grunde die Schlichtheit, der Purismus, den das Fahrzeug ausstrahlt. Auf der einen Seite ist es ein hochmodernes Fahrzeug, innen drin natürlich ein Haufen Sensorik, ein Haufen Emissionsgeräte, ein Haufen Kabel, Leitungen, unheimlich viel moderne Technologie, aber man sieht nichts davon. Was man sieht, ist die Mechanik, die Mechanik als neuer Luxus, und der ist unheimlich schön inszeniert. Der Motor hat eine Präsenz, unglaublich schön, die ganzen Detaillierungen und so weiter, das spricht mich total an und das finde ich sehr faszinierend.